Hi, ich bin Peter und ich zeige euch heute die neue ROG Strix Scope RX mit den neuen Switches. Los geht's! Jetzt denken sicher viele von euch noch eine Tastatur, aber das Entscheidende an dieser Tastatur sind die neuen Switches. Genauer gesagt die ROG RX Optical Mechanical Switches, die bis zu 100 Millionen Tastenanschläge aushalten, zudem eine konstante Linearität aufweisen mit sofortiger Reaktion. Das heißt, die hält vor lange und reagiert super schnell. Man sieht auch im direkten Vergleich zwischen Scope TKL und Scope RX, dass sich an den Switches was getan hat. Der X-Stabilizer vermeidet den Keycap Wobble, also das wackelnde Tastenkappen, das man von aktuellen Tastaturen kennt. Das neue Schalter-Design sorgt außerdem dafür, dass man die LED jetzt wirklich zentral platzieren kann. Das kommt natürlich der Beleuchtung zugute. Wie ihr wisst, wird RGB bei ROG großgeschrieben und so funktioniert die Tastatur auch mit Armory Crate, wo ihr die Beleuchtung anpassen und mit anderen Aura-Komponenten synchronisieren könnt. Erwähnenswert ist ja auch, dass die Tastatur aus einem Aluminium-Cover besteht. Sie ist nach dem IP56 Wasser- und Staubresistent, hat eine breitere SDRG-Taste, verfügt über eine Reihe Medientasten und bietet noch ein USB 2.0 per Thru-Port optimal, um eure Maus zum Beispiel anzuschließen. Der Stealth-Key mutet alles und minimiert alle Fenster. Es ist natürlich etwas auffällig, wenn jemand in den Raum kommt und plötzlich wird alles leiser und die Fenster noch monatlich und werden alle kleiner. Aber gut, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so einen Knopf gebrauchen könnt. Also ich glaube, ich würde es tatsächlich benutzen, wenn ich irgendwas auf dem Desktop suche. Einfach optimal. Zu guter Letzt zeige ich euch noch Settings on the go. Das heißt, ihr braucht noch nicht einmal ein Programm zu öffnen, um schnell die Beleuchtung zu ändern oder sogar ein Makro aufzunehmen. Alles in allem finde ich, dass dies eine Tastatur ist, die sich von anderen abhebt. Die Switches gehen schon mal in die richtige Richtung. Schreibt ihr ganz gerne mal rein, wie ihr die Tastatur findet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also bis bald! Bis bald! Bis bald!